Hallihallo und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge... Bei einer neuen Folge... Ähm... Ah, scheiße! Wo bin ich denn? So. Uhuhuhu, da müssen wir aufpassen. So. Ah, scheiße! So. Ich hoffe, ich kann den erlösen. So. 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 Ich will ihn ja erlösen. Ah! Ich muss den schon sehen! Also die... Der ist schon übel. Also der ist echt übel. Der ist wirklich übel. Der soll mich wieder schön angreifen, dass ich ihn kaputt machen kann. Komm schon, komm schon! Nein! Komm schon, komm schon! Oh Gott! Komm schon, komm schon, komm schon! Cora, komm schon! Ah, fuck, man! B, B, B! Ja! Sehr schön! Aber trotzdem habe ich kein Level bekommen. Doch, ich habe ein Level bekommen! Sehr schön! Das brauchen wir auch. Nachdem der riesig war und da bestimmt noch Schlimmere kommen. So. Das Zeug nehmen wir auch alles mit. Damit kann ich mir nämlich nachher nochmal die Bücher kaufen. Aber diese, 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 ähm, Ding finde ich schon mal ziemlich geil. Die ist schon mal ziemlich cool. So. Da haben wir alles. Nein, da haben wir noch nicht alles. Die Musik wird auch immer bedrohlicher, 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 bedrohlicher. Also, ähm, man merkt schon, dass es jetzt heiß hergeht bald. So. Ich hätte halt schon viel weiter sein können, ne? Also, das ist halt das, was mich ein bisschen ärgert. Hallo? Oh! Wo ist es denn? Na komm schon. Okay. So. So. Das ist leider schade, dass ich, äh, dass ich das nicht früher gecheckt habe, dass ich da einfach ausweichen muss, ähm, bei dem vorherigen Kampf, weil das hätte uns ziemlich viel erspart und hätte ich das früher gecheckt, hätte ich vielleicht sogar besser leveln können. Ähm, ich wollte euch jetzt nur nicht wieder so einen ewig langen Kampf antun, den ich am Schluss dann doch verliere. Ähm, das war jetzt mir ein bisschen zu blöd. Immerhin habe ich das Feuer noch auf 4 gekriegt und, ähm, Wasser ist immerhin auf 6. Aber man merkt halt, dass ich da leider, ähm, nicht oft genug mit dem B gearbeitet habe, weil damit kann ich das leveln. Und, ähm, das ist halt leider, leider ein bisschen schade. Okay. Wer ist er jetzt? Äh, 2, 3. Oh, oh. Okay. Boah, die sind übel. B. B, 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 B. Oh, der lässt sich nicht behen. Ach, dann musst du halt weg. Oh, fuck, man. Der ist, die sind echt übel. Ich muss zu denen dahinter. Ich muss dahinter. Ich muss die irgendwie hauen. Ah, die sind relativ leicht kaputt zu machen. Und jetzt? Und jetzt? Da ist jetzt einer. Oh, Mann. B, 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 B. Okay. Einen habe ich zumindest immerhin retten können. Besänftigen können. So. Okay. Da ist was. Das Zeug werde ich alles ziemlich dringend brauchen, nehme ich an. Okay. Wo kommen wir hier hin? Hier ist auch wieder was Schönes. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. Okay. Go in peace. Gut. Haben wir da alle? Alle Vögel weg. Sehr schön. So, acht Minuten haben wir schon. Da sind noch Dinger. Okay. Na. Geht doch. Die haben mich jetzt schon ordentlich fertig gemacht, fast. Also das muss man schon sagen. Das hätte auch anders ausgehen können. Das sieht nicht gut aus. Was ist das? Eine Art dark spirit-Energie? Ich muss es stoppen. Ah, ich darf, glaube ich, nicht auf dieses Zeug. Nein. Okay. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich darf da nicht drauf. Ich darf da irgendwie nicht drauf. Das weiß ich. Das hatten wir ja schon mal, ne? Ich darf da nicht drauf. So, so mag ich das. Okay. Das war auch dringend nötig. So, von wo komme ich? Von da komme ich. Da geht's hoch. Hier kommen bestimmt gleich wieder welche. So. So. Das war's. Da haben wir jetzt gerade gesehen, was passiert, wenn ich da reinfalle. Ah, scheiße. B und schön verdingst. Weg damit. Sehr gut. Level 5. Ähm, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch... Jetzt müssen wir nur noch, ähm, die Anna... Also jetzt bräuchten wir... Jetzt könnten wir den mal auf Level 5 hochhauen. Da kommt gar nichts. Okay, da kommt nichts. Gut. Soll mir recht sein. So. Die haben wir doch eigentlich schon aufgemacht. Die ist auch offen. Okay. Ja, wir kommen zu dem Baum immer näher. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Oh, Gott. Ah, Gott. Diese... Oh, Gott. 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 So. So. Sag einmal, warum du kämpst? Gib die nicht an. Ah, Mann. Was ist denn los? Ich will doch die hier angrempfen. Sag einmal, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, warum der immer in diese Richtung kämpft. Ach so, deswegen. Ach so. Okay. B. B, B, B. So. Sehr schön. Aber jetzt war das wieder Luft. Das ärgert mich, dass ich das jetzt wieder mit der Luft gemacht habe. Ich würde gerne nämlich die Erde auch noch da, äh, die Erde, die, das Feuer dahin kriegen, weil, also auf fünf mindestens kriegen. Auch wenn die Luft natürlich genial ist. Also das ist, ich mag die Luft sehr gerne. So, ah, oh Gott. Ähm. Ja, bis jetzt will's mir ja nichts, ne? So. Wasser? Na? Okay. So, jetzt müssten doch da bestimmt Leute rauskommen. Hm? Das ist ganz schlecht, hier in der Ecke zu sein. So. Oh Gott. Oh Gott. B. B, 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 B. Oh, fuck, man. B. B. So. 18 Minuten haben wir jetzt gehabt. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, ihr lasst mir Kommentare da, Abos und Likes und ich mach dann die nächste Folge, damit ihr die gucken könnt, ha? Bis dann. Ciao.